Tschüß! So, neue Runde, neues Glück. Wollen wir mal starten, wa? Jo, ich stand mir ja vorhin schon mal. Jetzt geht es aber hier lang. Oh, ich muss mal kurz Pause machen. Ja, war mehr doch. Wieder ein neues Updaten, das muss man ständig in den Monitor hier reinknallen. Wow, was war da drüben grad los? Ähm, meine Tochter weigert sich zu schlafen. Ist im Moment in letzter Zeit so, so was wird zickig? Ähm, ja, da müssen wir echt immer gegenwürgen. Das ist manchmal echt anstrengend. Ja, die Waffe ist einfach besser. Die Waffe ist besser. Genau, die ist noch besser. Die ist schön. Die andere war doof. Ich bin froh, dass ich sie los bin. So, komm. So. 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 Gut, der auch hier. Lichtgeschwindigkeit, eine Kugel im Kopf. Das ist auch mal was Schönes. So, jetzt machen wir jetzt in Sardinien. Die Hauptstadt der Dosen. Okay, was haben wir denn hier? Dieser Husten nervt echt langsam. Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Ich bin froh, wenn ich hier gesund werde. Oh, muss ich dich enttäuschen, ne? Nicht, geh aus mein Haus raus. Meine Güte, ey. Das macht Spaß. Also, wir sind jetzt im nächsten Land. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe gespielt. Das ist für mich auch, ja. Ähm. Ja, Neuland in dem Falle. Oh Gott. Meine Frau, wie viel kommt denn da noch? So. Okay. Bin ich froh, dass hier die Pausetaste geht. Bei Freds damals war es echt doof gewesen. Da die Pausetaste zu drücken, weil man auf das hier gar nicht reagiert. Dann musste man im Endeffekt so viel wegschneiden, dass es echt bescheuert war. So. Haben wir das jetzt hier auch? Jetzt müssen wir quasi hier lang. Aber schon eine schöne Gegend, wenn die ganzen Zombies nicht wären. Die ganzen Totenschädel. Okay, das sind wenigstens automatische Türen. Komm, sind ja noch welche da? Munition voll. Wenigstens etwas. Ich glaube, so viel wie ich hier verstanden habe. Bleib liegen. So. So. Wo muss man hier lang? Da war Venedig etwas humaner. Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, ich spiele Rambo. Oh, je, 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 je. Wann sieht man hier kaum. Alter. Platz mal liegen. Lachen. Ja. Hier ist das. Ja. Kann ich mal schauen. Ja. Das ist das. Zombies töten und die Töten, um das jetzt zu brechen. Gut, wenn es weiter nicht ist. Liegen bleiben, ach, das ist ja schon jemand. So, wie viel muss ich noch töten und jetzt geht es weiter, ja, meine Stimme ist etwas schwach, durch die ständige Husten. Oh Gott, ein Zombie mit Maschinengewehr. So. So, schön liegen bleiben. Oh Gott, die stehen hier alle wieder auf. Okay, den da oben habe ich erwischt. Genau. Äh, ja, ich muss wieder die töten, um den Sieg und das Sieg hier zu brechen. Das ist in Ordnung. Habe ich nicht dagegen. Ich stelle mir einfach vor, das sind alles meine ehemaligen, ja, sind die Nachbarn aus Berlin-Marzahn. Die Drogen-Junkies sind alles mögliche. Oder unsere lieben Politiker, stelle ich mir mal vor. Dann treffe ich auf jeden Fall. Okay. Ähm, ich muss da runter. Ein Panzer von Biowas. Okay. Da auch. Liegen bleiben. So. So. So, da. Das war das Maschinengewehr gewesen. Alter. Meine Fresse. Das sind echt intelligente Zombies. Bei The Walking Dead hätten sie ein Problem gehabt. Gras. Gras, 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 gras. Äh, zerstört die Halbketten-Zombie-Bedrohung. Okay. Okay.